hallo meine lieben herzlich willkommen zur folge 290 von skyrim eine lange reise hier ist der mario von tv und ich wünsche wie immer gute unterhaltung und viel spaß wir sind im moment etwas gehandicap weil ich habe meine ich habe meine girlies entlassen da er ist etwas kopflos war in letzter zeit das einfach gekürzt wurde von von so einem knill ja und und wichsen habe ich auch schon zwei folgen lang nicht mehr gesehen keine ahnung wo die rum hängt ich weiß es nicht so dass ich mir gedacht habe okay dann wage ich mich doch noch mal an die an die vampire quest reihe mit serana ran da hatte ich mich ja vorher immer gestreut weil ich nicht einsehen wollte dass ich meine meine begleiter entlassen muss aber wie gesagt da die sowieso schon etwas gehandicapt sind teilweise und oder gar nicht mehr da sind dann habe ich gedacht dann schicke ich die anderen beiden die ich noch hatte auch erst mal nach hause und dann haben wir den wolf den lassen wir hier warten gleich dann machen wir dann die vampire quest reihe weil in reach wie gesagt da wo sie einfach so gekürzt ich weiß nicht was da los war also wurde einfach grundlos gekürzt wer die folge gesehen hat wird mir das hoffentlich bestätigen weil ich konnte kein ersichtlichen grund erkennen ja hier wie gesagt im moment wollte ich meine taschen ein bisschen auf ich habe mit dem mod meine traglast erhöht da ich ja nun ohne erstmal ohne ohne möglichkeit zur lastverteilung rumlaufen werde in nächster zeit und ich kann ja nicht immer unterbrechen und zwischendurch zwischen der burg da hin und her reisen oder zwischen seelengrab und hier immer hin und her reisen zum verkaufen also habe ich das gewicht lieber was ich selber tragen kann erstmal höher gemacht aber nur das gewicht an der kampfschwierigkeit wird nichts verändert die ist immer noch auf meister wie gesagt auch erstmal die vampire quest reihe mit serana und dann gucken wir mal wieder nach vielleicht hat sich das alles beruhigt kann er nur ein bug gewesen sein weil auf einen schlag und das war nicht so nicht so schön und hier muss ich muss ich gleich auch noch ein bisschen ich weiß nicht ob du auch schon gemerkt habe weil ich selbst drin auch etwas 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 gesichtslos rum im moment wo ich mir auch nicht erklären kann wodurch weil ich habe keine extra was runtergeladen ich habe keinen keine installation irgendwas anderes ich habe nichts kein update kein gar nichts gemacht ich weiß nicht woran es liegt aber ohne gesicht möchte ich natürlich auch nicht die ganze zeit rumrennen die d3 herzen kommen mit oben in die schmiedetruhe ist ja selber die d3 herzen sind ja bestandteil immer mit falls sich jemand über die menge gewundert hat die sind die bestandteil von den truhen die man zwischendurch findet auf solztheim haben alleine schon mal fünf stück an einer stelle gefunden wo jeweils dann 100 stapel von herzen waren bzw barren oder stapel von barren drin waren und jeder sollte unter anderem dann auch jedes mal 100 d3 herzen deshalb jetzt die hat sich noch eine tasche hier vom schmieden als ich die rüstungen für für die juli's gemacht hatte habe ich noch mit rumgeschleppt aber die waren wir vorher nicht aufgefallen weil weil die d3 herzen erscheint nicht hinten in der letzten bei bei beiden schmiede artikel sage ich mal sondern die erscheinen mit in der alchemie spalte in der alchemie bedarfsspalte dadurch war das untergegangen aber jetzt habe ich ja was mal ausgeräumt taschen sortieren ja hier ist auch ein bisschen komisch sehr die sich normalerweise kann ich von der vorne aus bis hin zu gucken ich weiß nicht warum das so neblig ist er wird keine keine klimane keine lüftung an und nix die ganzen kerzenfeuer und so kann ja nicht gesund sein kerzenfeuer und in dem ja so sehe ich aus und so möchte ich nicht nicht weiter rumlaufen deswegen versuche ich das jetzt mal zu ändern weil eigentlich erstellt wurde der charakter ja damals als lunari dann gab es damals damit probleme da haben wir dann auch schon so aus gesehen wie jetzt gerade auf einmal das war zu den ganzen zeit wo ich auch die probleme mit kasselgerähe hatte etc dann wieder okay hauptsache ich sehe überhaupt erst mal wieder aus dann bin ich dann bin ich im dress geworden im dress also so wie die wichsen so und jetzt machen wir ja ok nehme ich überredet hauptsache überhaupt erst mal wieder die sicht wobei ich meine dass das ist doch gar kein mord gesicht das ist doch oder guckt mal selber dort erscheint zweimal drin ist das nicht vielleicht doch tempres tempres hauptsache erstmal überhaupt die sicht man ist ja schon nicht mehr so anspruchsvoll aber ich glaube so kann ich erstmal ich sage mal wieder unseren wolf noch erwarten lassen und erstmal platz wird ein blick der platz machen erst mal beim mischer aber habt ihr was mitgerichtet unsere tragkraft die war vorhin bei 3000 noch was und jetzt ist sie bei 483 und ich habe nichts geändert habt ihr selber gesehen ich habe mir nur ein gesicht gemacht ob das vielleicht damit zusammenhängt weil ich die rasse geändert habe aber kann doch bald nicht oder ich hatte ja extra eine mod dafür und habe doch nichts geändert außer außer die rasse habe ich irgendwas verkloppt ich denke mal ich habe irgendwas verkloppt was ich noch brauche damit weil das was ich noch behalten möchte kennst gleich kennzeichne ich mir natürlich als favoriten im normalfall vorher dann weiß ich wer weiß dann ohne gnade weg außer sind wirklich interessante sachen spezielle uniformen oder rüstungen die ich mir auf so ein klamotten ständer hängen kann die gut fürs auge sind zum angucken ich weiß ja nicht wie lange er warten muss ich habe schöne sachen das ist natürlich nicht weg so wir sehen die detra herzen wie bald wieder vergessen auszupacken 131 oder sowas das sind natürlich das ist natürlich das gewicht 131 31 kilo waren das die sind mit denen das ist meine schmiedetruhe und für bedarfsartikel zum zum häuser bauen also glas steine erden glas steine erden oder wie hieß die ich glaube ich meine gruppe oder oder was war das denn mächtiger kaiserschnitt mächtiger kaiserschnitt mächtiger kaiserschnitt mächtigen kaiserschnitt hatte meine frau damals auch aber aber die hatte kein buch für gebraucht oder sowas ein vernünftiger arzt und so und dann ging das auch rutschflutsch sache erledigt ohne mächtigen cyber ohne mächtigen kaiserschnitt buch kleiner rakau finde ich süß wer noch weiß wie wie der am anfang aussah war jetzt soll ich den hier lassen ja aber wo sonst ne kann der hier warten und dann ist ja gut hier ist ja nun mal sein zu hause ich krieg dir erstmal nochmal schön futter ich krieg dir erstmal nochmal schön futter so erstmal ne erstmal ein bisschen ich hoffe dass das dann erstmal reicht bis ich das nächste mal wieder hier bin gar nicht mit dem klappt das ohne probleme bei den kurdis ging das ja immer nicht so dann auf zu serena seran seran vorher nicht zu gut zu sprechen obwohl es natürlich quatsch ist die macht ja nichts weiter als nur ihre request was interessiert die wie für begleiter ich habe oder was dafür probleme habe ihr eigentlich nichts mit zu tun ja und jetzt versuche ich ein dix wieder hochzuschrauben mein tag last natürlich über die konsole das geht wohl auch wenn ich mich noch nicht erinnere auch nicht ich hab doch ganz vergessen das macht man gar nicht so da sind wir jetzt das iraner quests dass man hier wo sie ist da brauchen wir schon ich weiß nicht mehr zweimal schon mindestens zweimal vorher schon dann war ich ja schon mal richtig stinken hier auf die ich bin soweit wenn ihr seid weil ich einfach nicht anfangen konnte aber jetzt nun ich nehme nicht jeden mit in die heimbereiche des ortes an dem ich aufgewachsen bin wer wird diesen eindringling los und wir können uns auf dem weg nach ein dringend von der stelle auf euch ist doch keiner da siehst du hier ist doch gar keiner ein dringend wird doch wohl nicht das pferd meinen oder ein bisschen überempfindlich wasser und doch da ich bin soweit wenn ihr seid ja hallo jetzt okay dann will ich euch nicht im weg stehender ja ich warte an der anlegerstelle bis ihr soweit seid ist so duft die tussi so jetzt muss ich also zurück jetzt gehe ich also zurück nach weißlaufen dann muss ich ja mein wolf ist schon wieder hungrig wahnsinn dem habe ich doch eigentlich weltenmäßig reichlich gegeben habt ich bin schon mal auf jeden fall immer noch ein gesicht obwohl ich mich bewegt aber zwischendurch ist und der wolf wartet immer noch genau da also bei dem funktioniert das gottseidank aber jetzt kriegst du erstmal jetzt kriegst du was mit dem restfleisch den ich habe schatzi damit du nicht hungern musst du armer das ist klar das täuscht hättest du mich mal vorhin sehen müssen ich bin selber erschrocken so mein süßes mein hundchen denn wo kriege ich dich denn wie kriege ich dich denn ich will den ja zurück ich will den ja nach flusswein schicken weiß heißt er wissen was da weil sonst müsste ich nicht so jetzt ist also jetzt müsste er wieder im folgemodus sein damit dann auch wieder anderes menü aktiviert ja ich vermute mal dass er flussweit ist dann kein togo ja da geht er warum haben die begleiter nicht so funktioniert vielleicht werden wir das schon mal gefertigt mit serana schatz aber macht die tür auf ich hole dich nachher wieder ja ich mach nur das mit serana fertig mein schatz und dann ja geh mal mit dem hühnchen mit hühnchen mit aber tut dem nix immer mit ihm und spazieren ein bisschen nicht so alleine nachher wollte ich mal wieder ja das doch schon bisschen ich meine ok ich meine tue ich nicht aber es ist doch schon bisschen komisch dass auf einmal weg ist so jetzt machen wir die scheiße fertig da und dann ich bin soweit wenn ihr es seid ja ich bin soweit ich bin auch soweit du Eierkopf nun ich nehme nicht jeden mit in die geheimen Bereiche des Ortes an dem ich aufgewachsen bin werdet diesen eindringen los und wir können uns auf den Weg machen ich warte an der Anlegestelle auf euch kann nicht wahr sein oder kann doch nicht wahr sein so meine lieben das soll es für diese folge dann erstmal wieder gewesen sein dankeschön fürs zuschauen ich hoffe ihr hattet jede menge spaß ich wünsche euch gesundheit und mir wünsche ich natürlich für die videos klicks likes und nach möglichkeit abonno dann tschau bis zur nächsten folge euer mario der alte sack von holzton tv holzton tv skyrim das etwas andere let's play herr 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 Untertitelung des ZDF, 2020 Untertitelung des ZDF, 2020